Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sarah Czocevic, bin 16 Jahre alt und besuche die siebte Klasse des Moldford Musikgymnasiums. Ich bin in Bosnien geboren und kam vor zweieinhalb Jahren mit meiner Familie nach Salzburg. In Bosnien habe ich eine Musikschule besucht und habe an vielen Konzerten und auch an ein paar Werkbewerben teilgenommen. Dann in Salzburg angekommen, fand ein Konzert statt und plötzlich kam Corona. Und mit Corona auch keine Konzerte. Umso mehr freue ich mich, heute auf dieser Bühne spielen zu dürfen. Mit zehn Jahren habe ich an meinem ersten Werkbewerb teilgenommen, im Deut mit meiner Freundin. Immer als ich zu ihr oder sie zu mir zum Üben kam, haben wir Popcorn mit Butter gemacht. Manchmal war das auch gebranntes Popcorn, aber das war uns egal. Denn heute, wenn ich an diesen Werkbewerb zurückdenke, ist es das Popcorn und Spaß, den wir hatten. Das, was mich an diesen Werkbewerb erinnert und der Preis, naja, der Preis ist schließlich nur ein klitzekleiner Teil des Ganzen. Und aus diesem Grund bin ich heute hier, um Spaß zu haben und spiele euch heute die ersten drei Seiten der Motor Sonate KV 284 und Chopin Balza in Emo vor. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.